In diesem Video gehen wir zusammen in die schriftliche Heilpraktikerprüfung aus Oktober 2007. Die Reihenfolge dieser Originalprüfungsfragen habe ich immer so angeordnet, wie ihr sie meistens auch im Internet vorfindet, damit ihr auch damit gut lernen könnt. Und es macht wie immer Sinn, dass ihr eine dieser Prüfungsvariante auch vor euch liegen habt, sodass wir gemeinsam durchgehen können. In der ersten Frage, welche Aussage trifft auf Herzerkrankungen zu? Typisches Symptom bei der Linkshelzinsuffizienz ist eine Stauungsleber. Aber wenn die linke Herzseite nicht mehr so gut hinterherkommt, das wegzupumpen, was die rechte Seite anbietet, staut es sich in der Lunge und wir haben eher die Neigung zum Lungenödem. Bei der Stauungsleber haben wir eher die Problematik, dass das rechte Herz aus dem Venösensystem das nicht rechtzeitig wegpumpen kann. Das wäre also eher ein Beispiel für eine Rechtsherzinsuffizienz. Dann ein diastolisches Herzgeräusch spricht für eine Pulmonalstenose. Nein, ein diastolisches Herzgeräusch spricht für die Insuffizienz der Pulmonalklappe, wenn wir bei der Pulmonalklappe sind. Rhythmusstörungen treten erst im Erwachsenenalter auf. Also eine Sinustachika, die ist ja auch schon eine Herzrhythmusstörung, in Anführungszeichen. Die kann ja auch bei Kindern genauso gut auftreten. Oder eine Extrasystole. Also das ist jetzt nicht an irgendein Alter gebunden. Ein angeborener Ventrikelseptom-Defekt kann asymptomatisch verlaufen. Das ist richtig. Kriegt man nicht viel von mit und nachher kippen die Sportler auf den Fußballplatz um. Oder Marathon. Körperliche Belastbarkeit ist bei Herzerkrankungen im Kindesalter nie eingeschränkt. Natürlich. Warum sollte das nicht so sein? Dann, welche Aussage zur arteriellen Hypertonie trifft zu? Ursache ist in den meisten Fällen eine Nierenarterienstenose. Die arterielle bedingte Hypertonie ist in den meisten Fällen idiopathisch. Das heißt, es kommt aus sich selbst heraus, aus dem Menschen an sich. Man weiß nicht genau, woher ist es eigentlich. Bei einer hypertoniebedingten Herzkrankheit kommt es vor allen Dingen zu Druckhypertrophie des rechten Ventrikels. Nein, der linke ist betroffen, der rechte nicht. Zeichen einer hypertoniebedingten Nierenschädigung ist die Eiweißausscheidung im Urin, die sogenannte Proteinurin. Bei extrem dicken Oberarmen werden mit einer normalen Blutdruckmanschette für Erwachsene falsch niedrige Werte gemessen. Das kann passieren. Deshalb sollten Kinder, Normalgewichtige und auch Übergewichtige, jeweils unterschiedliche Manschettengrößen bekommen. Eine Komplikation der Hypertonie ist die Retinopathie. Das ist richtig, gerade beim Augenarzt hat man häufig so den ersten Befund, dass die Augenärztin sagt, hier, lassen Sie das doch mal gerade vom Internisten abklären. Die Ansteckung mit Virus Hepatitis A. Unmittelbar mit dem Zeitpunkt der Infektion ist die Ansteckung gegeben. Ein bis zwei Wochen vor dem Auftreten der Gelbsucht. Ein bis zwei Wochen vor bis etwa eine Woche nach Auftreten der Gelbsucht. Eine Woche ab dem Zeitpunkt des Auftretens der Gelbsucht. Also die Gelbsucht ist, ich habe ja noch diese interkostalen Neuralgie, nachdem ich da letzte Woche die Blockade reingehauen habe. Ja, also ein bis zwei Wochen vor dem Auftreten des Ictorus und entsprechend eine Woche bis nach Auftreten des Ictorus ist die Ansteckungsfähigkeit vorhanden. Dann halbseitige Kopfschmerzen sind zu erwarten bei einem Nitratkopfschmerz. Den haben wir typischerweise nach der Einnahme von Nitrolingoalk unter die Zunge. Nitro-Spray, der ist aber eher nicht halbseitig, das macht wenig Sinn. Akuter Glaukomanfall auf einem Auge, ja, Migräne, ja. Nach einer Lumbarpunktion treten auch eher globale Kopfschmerzen auf, ähnlich wie bei einer Meningitis, wo so eine Nackensteifigkeit auch mit auftreten kann. Dann die außerperiphere arterielle Verschlusskrankheit, also die PAVK. Es handelt sich um ein isoliertes Leiden der Beinarterien, andere Arterien sind nicht betroffen. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit ist, ja, von der Problematik her tritt die am ehesten über Schmerzen an den Beinen mit auf. Da kommen Claudicatio-Intermittens, die sogenannte Schmerzenerkrankheit. Die zum Beispiel arteriosklerotische Genese in dem Kontext, die tritt ja dann an allen Gefäßen auf, was das Arteriensystem betrifft. Bei starker Verengung der Beinarterien findet man häufig eine Verengung anderer wichtiger Arterien, Herzkranzgefäße, genau. Nikotin bessert den Krankheitsverlauf, das ist einer dieser typischen Risikofaktoren. Eine Diabeteserkrankung hat auf diese Erkrankung keinen Einfluss. Doch, 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 doch. Die typische... Ne, das ist falsch. Also die typische Therapie beim Stadium 2 ist nicht die Rückstellung. Richtig war Antwort 2. Was passt zu den Nieren? Eine akute Pylonephritis ist meist viral bedingt. Ne, bakteriell. Ich höre ich ja Coli, typischerweise. Eine chronische Pylonephritis kann sich entwickeln, wenn Harnabflussbehinderungen vorliegen. Ja. Symptome der akuten Pylonephritis können sein Fieber, Klopfschmerzhaftigkeit, den Nierenlager und eine Dysurie. Ja. Bei der akuten Pylonephritis ist nur das Nierenbecken betroffen. Also die Pylonephritis ist ja die Nierenbeckenentzündung. Und bei dem... Ja, es ist eben nicht nur das Nierenbecken, welches entzündet wird, sondern eben auch das Nierenparenthym. Und die Pylonephritis kann einseitig oder eben beidseitig auftreten. Und ist tatsächlich schwierig, von einem Hanwix-Infekt zu differenzieren. Das heißt, bei einer Pylonephritis ist nicht nur das Nierenbecken betroffen, sondern im Nierenparenthym kann entsprechend auch was. Also Antwortmöglichkeit ist falsch. Akute postinfektiöse Glomerulonephritiden heilen vollständig aus. Das ist nicht so. Also die haben eine sehr gute Prognose, aber heilen im vorangeschrittenen Lebensalter dann zunehmend weniger gut aus. Die Aussage zum Arterien-System. Arterien haben die Fähigkeit zur Autoregulation. Ja, die machen viel am Blutdruck mit. Ein Pulsdefizit ist ein Arterienpuls unter 40 die Minute. Ein Pulsdefizit ermittelt man, indem man die Herzaktivität am Herzen, zum Beispiel per RKG oder Ultraschall, mit einem arteriellen Puls in die Richtung der Peripherie miteinander vergleicht. Und wenn hier was passiert, aber hier nichts ankommt, dann haben wir ein Pulsdefizit. Die Weite der Arterien hängt alleine vom O2-Gehalt des Blutes ab. Ne, eine Neubildung der Arterien findet nach Abschluss des Körperwachstums nicht mehr statt. Doch, unter Entarterien versteht man Arterien mit Anastomosen zu anderen Arterien. Nein, das heißt Entarterien ist quasi, geht es nicht mehr weiter, es gibt keine Verbindungen mehr. Überprüfen Sie folgende Aussage zu Immunglobulin. Okay, mache ich. IgG sind die Frühreaktion der Immunabwehr. IgA finden sich in Speichelmagen- und Darmsekreten, das ist richtig. IgE sind an der Auslösung von Othecaria und Quincoödem beteiligt, ja. IgM sind Plazentagängig? Ne, Plazentagängig sind die IgG. IgM sind die Spätreaktionen der Immunantwort? Ne, das ist ja so dieser Erstangriff. Also wer sich erinnert, das war einmal das Leben, da kommt diese Zorro-Abwehr-Leutchen vorbei, auch mal cool. Die Esophagus-Varitzen bei der Leberzirrhose sind die Folge einer generalisierten Schädigung der Gefäße, eines Pfortader-Hochdrucks. Die anderen Antwortmöglichkeiten sind falsch. Ein Pfortader-Hochdruck bedingt die Esophagus-Varitzen bei der Leberzirrhose. Ein Mangel an Vitamin B1 kann im zentralen Nervensystem zu welchem Krankheitsbild führen? Multiple Sklerose, das ist eine Demyelorisierung, Morpheus-Parkinson, Dopamin. Wernicke-Enzephalopathie ist ein Vitamin B1-Mangel, Thiamin-Mangel, PIK-Krankheit, Chorea Minor, Chorea Minor, ne. Okay, die Wernicke-Enzephalopathie ist die typische Komplikation beim Alkoholismus, bei entsprechender Mangelversorgung, Hypovitaminose bzw. A-Vitaminose, dass da gar nichts mehr reingeht, weil Alkoholiker teilweise ihren Energieumsatz nur noch über den Alkoholkonsum pendeln. So eine Notverrettung hatte ich teilweise mitbekommen. Die Leute gehen bei Douglas klauen, weil die dann die Parfüms saufen können. Die scheißen sich im Winter in Stiefeln, damit sie irgendwie zumindest mal warme Schuhe haben, warme Füße haben. Das ist Wahnsinn. Da muss man sich gegen so viele Sachen abgrenzen können, wenn du in eine Notverrettung reingehst. Das ist schon krass. Also du hast in der Notverrettung, früher war der typische Arzt, der die Notverrettung mitversorgt hat, Chirurg. Da hatte man 80% Trauma, 20% internistische Notfälle. Das Bild hat sich heute schwer gedreht. Du hast heute 80% Internistik, 20% Traumatologie. Das ist natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich, wo du gerade hinkommst. Aber du fährst heute auch wirklich fast nur noch jeden Tag irgendeine Scheiße. Ich kann mich daran erinnern, nachts geht der Melder, halb drei, Basti und ich fahren in ein Wohngebiet, ein bisschen runtergekommen. Türkische Großfamilie, ja, ja, kommen Sie schnell, Mutter hat Rückenschmerzen. Ja, was ist denn passiert? Ja, Rückenschmerzen, Rückenschmerzen, schon seit drei Tagen. Und was sagt der Hausarzt? Ja, ja, nein, nein, kein Hausarzt. Wir brauchen Schmerzspritze. So, wir sind ein Taxi. Also wir können jetzt ins Krankenhaus fahren. Mehr können wir nicht, wir können jetzt keine Spritze geben. Nein, nein, Spritze, Spritze, Spritze. Und dann streitest du dich da nachts um halb drei mit den Leuten, die erwarten, sie wählen die 112 und werden zu Hause gratis medizinisch versorgt. Da hatte ich dann immer keinen Bock mehr drauf, hm? Normwerte im Labor. Serum Bilirubin 8,5 bis 12. Viel zu viel. Viel weniger. Über 1, irgendwas Milligramm pro Dezilliter. Serum Kalium 3,5 bis 5 Millimol pro Liter. Das passt. Serum Kreatinin bis 8,7. Nein, nein, unter 1,5. Je nach Labor unter 1,2 oder so. Aber dann haben wir Kreatinin, das darf nicht so hoch sein. Serum Cholesterin kleiner als 200 Milligramm pro Dezilliter. Das passt. Urin Glucose 80 bis 120. Nee, das sollte typischerweise bei gar nicht drin sein. Welche der Aussagen über die Wirkung von Schilddrüsen und Hormonen treffen zu? Im Rahmen einer Hyperthyreose kommt es zu Bradykalien. Eher schnellen Pulsverläufen mit Tachykalien. Schilddrüsenhormone steigen an den Grundumsatz und den Gesamtstoffwechsel. Richtig. Die Sehnenreflexe sind bei einer Hypothyreose verlangsamt. Das ist auch richtig. Bei einer Hyperthyreose ist die Haut typischerweise teigig, kühl und schuppend. Das ist bei der Hypothyreose. Ein Fingertrema und Schlaflosigkeit sind typische Symptome der Hypothyreose. Das ist wieder eher für die Hyperthyreose passend. Der Verdauungstrakt. Beim Malassimilationssyndrom kommt es zu einer verstärkten Resorption von Nahrungsmitteln. Malassimilation bedeutet, kann man schlecht aufgenommen werden. Fruktose zählt zum Beispiel zu den Malabsorptionsstörungen oder Malassimilationsstörungen. Und bei Laktose zum Beispiel haben wir eine Unverträglichkeit, weil nicht genug Laktase gebildet wird vom Körper, sodass der Milchzucker, die Laktose gespalten werden kann. Bei der einheimischen Sprüh, also es ist keine verstärkte Resorption von Nahrungsmitteln. Bei der einheimischen Sprüh, das ist die Glutenunverträglichkeit, liegt eine Glucoseunverträglichkeit vorne an, eine Glutenunverträglichkeit. Morbus Crohn ist eine chronische Entzündung des Verdauungstraktes, die vom Mund bis zum After auftreten kann. Colitis ulcerosa ist eher auf den Dickdarm begrenzt. Die Colitis ulcerosa tritt im gesamten Darmbereich von Duodenum bis Anum auf. Noroviren verursachen Durchfall durch eine chronische Entzündung des Dünndarms und des Dickdarms. Noroviren machen eine akute Magendarmsymptomatik und keine chronische Entzündung. Ich habe mir eine Frage noch mit rausgeschrieben, hier Proteinzufuhr pro Tag. Ich finde die Frage schwierig, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zwar immer mal wieder neue Empfehlungen ausspricht, ich aber nicht so viel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung halte, weil wenn die so gute Empfehlungen hätten, dann würden die Leute vielleicht auch eher darauf hören und dann hätten wir nicht 40% Übergewicht, kritisches Übergewicht in Deutschland. Irgendwie, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Ernährungsberater, irgendwie machen die eigentlich den ganzen Tag. 20 Jahre lang hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung propagiert, Fett macht Fett. Öle machen Fett. Hier gibt es eine Studie, da hat eine Probandengruppe hochwertiges Olivenöl, 1,5 Liter, zur Verfügung gestellt bekommen. Die haben sich gut damit ernährt, pro Person 1,5 Liter, die Woche. Alle Blutwerte, mehr und mehr Gut, Gewichtsverlust und so. Kann ich sehr empfehlen. Baskast, der Ernährungskompass. Sehr, sehr gutes Buch. Sehr, sehr gut. Ist kein Roman, ist eine Metastudie. Aber ohne störende Fußnoten, wenn man das als Hörbuch hört. Deshalb, ich habe die Frage mal rausgenommen. Das ist von 2007, ist 13 Jahre alt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung wird auch nächstes Jahr wieder eine Anpassung ihrer eigenen Empfehlungen aussprechen. Verfolgt das so ein bisschen. Das ist halt ähnlich fantasievoll wie teilweise Aussagen der Drogenbeauftragten in Deutschland. Das hat auch etwas Karnevalistisches, wo ja Karneval dieses Jahr wegen, naja, weil es schon was ausfallen müsste. Who not be named. Was passt für die Obstipation? Ursachen können sein eine Neuropathie, wie bei Diabetes mellitus, eine Divertikulitis, genau. Das ist quasi eine entzündete Divertikulose, das in die Vertikelausstöpung sich entzündet. Eine Hypokalämie, kann das auslesen. Eine Hyperthyreose macht wenig Obstipation. Eine Hyperthyreose, wo vieles, wie auch der Stoffwechsel letzten Endes, das ist übrigens eine meiner Lieblingstasten, habe ich in Seeland gekauft. Hyper macht immer viel und Obstipation ist ja eher so dieses Träge. Der Darm hat viel Zeit, die Flüssigkeit noch daraus zu ziehen. Opiate machen wieder Obstipation. Deshalb schmeißen wir uns mit Loperamid ja auch ein Opium ein. Oder zumindest ein Opiat, nicht Opium. Bei welcher Erkrankung tritt typischerweise Loperamid? Ne, Loperamid ist Asniostaminicum. Ich meine Imodium. Imodium akut. Hier der Typ im Heißluftballon hat seine Alte mit dabei. Einen Ring in der Tasche. Willst du mich heiraten? Und da 300.000 Kilometer über der Erde, muss er dann mal schnell für kleine Heißluftballonfahrer. Nicht so gut. Zack, eine Imodium akut rein. Eine Woche Ruhe im Darm. Bei welcher Erkrankung haben wir typischerweise die Kussmaulatmung? Kussmaul, so hieß der Mann, war Internist und Biologe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und hat eine Atemstörung beschrieben, die vor allen Dingen als azidose Ausgleichsatmung bekannt ist. Das heißt, wir haben hier eine Atmung mit relativ tiefen Atemzügen, eher normofrequenter Bereichen. Die Leute sind tief am Schnaufen, um über die Atmung. Unser Blutpuffersystem arbeitet ja vor allen Dingen über die Niere und die Lunge, was den Säurebasenhaushalt angeht. Und die Kussmaulatmung ist quasi so diese Atemregulation, um Säurebasenmilieu vernünftig aufrechtzuerhalten. Und das haben wir typischerweise bei Hyperglykämien, zu viel Zucker im Blut. Und Tetanus, Meningitis, Hypoglykämien, Hyperkalzämie, alles falsch, falsch, falsch. Allgemein Symptome eines unerkannten Diabetes sind Durst, Oligorie als Frühsymptom, bakterielle Infektion der Haut, Juckreiz, Pruritus, Hyperminorö, eine verstärkte Regelblutung. Also typisch kommt jemand in die Praxis und sagt, ich habe auch so Durst, trinkt 7 bis 8 Liter Wasser am Tag und muss das auch alles wieder auspinkeln. Da sollte man Glucose im Serum mal messen. Aussagen zur Hyperurikämie bzw. Gicht treffen zu. Beim akuten Gichtanfall ist sehr häufig das Großzehengrundgelenk betroffen. Gicht zeigt ein gehäuftes gemeinsames Vorkommen mit den Erkrankungen des metabolischen Syndroms. Fasten kann einen akuten Gichtanfall auslösen. Der akute Gichtanfall kann von Fieberleukocytose begleitet sein. Eine asymptomatische Hyperurikämie ist viel häufiger als die manifeste Gicht. Das ist richtig. Die Leute kriegen das gar nicht so mit. Die Urolithiasis, Harnsteine. Während der Kolik kommt es zu vermehrtem Urinabgang, kommt eher zum Harnverhalt. Häufigste Komplikation ist Harnwegsinfektion, die zu Urosepsis fortschreiten kann. Es kann ein reflektorischer Subilius auftreten. Eine Hämatorie ist beweisend für eine Urolithiasis. Eine Hämatorie, also Blut im Urin, kann begleitend auftreten. Wenn der Stein sich da irgendwo festsetzt, kratzt ein bisschen an der Innengefäßwand vom Harnleiter, dann kann das auch mit blutend, aber das ist nicht beweisend für Steinleiden. Blut im Urin kann auch woanders herkommen. Protein oder es ist gar kein Blut, sondern es ist zum Beispiel rote Beete verzehrt. Proteinreiche Ernährung vermindert das Risiko der Harnsteinbildung. Das kann es erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Steinen. Es gibt vier unterschiedliche Kreuzkombinationen, wie es dann nachher auch zur Steinbildung kommt. Schaut euch das Video dazu an. Würde ich sowieso immer empfehlen. Ihr geht da durch diese Prüfung durch. Und wenn wir jetzt zu jedem einzelnen Krankheitsbild die fulminante Erklärung machen, wird es für dich langweilig, für mich wird es viel zu anstrengend. Wo soll ich ein 10-Stunden-Video hernehmen? Die Kamera schaltet nach einer halben Stunde immer aus. Da muss ich sowieso immer gucken, wie ich katte. Welche der Aussagen zu den Bronchien, die Bronchien. Ich glaube, man sagt auch Bronchien, die Bronchien. Fremdkörter gelangen vor allen Dingen in den linken Hauptbranchos. Nein, der rechte Hauptbranchos fällt etwas steiler ab als der linke, weil hier das Herz sitzt. Und weil es steiler runtergeht und ein Bollus nicht um die Ecke muss, geht das eher in den rechten Hauptbranchos rein. Die Schleimhaut des Hauptbranchos ist mit Flimmerepithel und schleimbildenden Becherzellen ausgekleidet. Trockene Raumluft, vor allen Dingen im Winter, wenn von außen sowieso schon wenig Feuchtigkeit durch die warme Raumluft dann noch weiter entfeuchtet wird. Durch die relative Luftfeuchtigkeit. Trocknet das Flimmerepithel aus. Krankheitserreger können nicht mehr nach draußen getragen werden. Und wir haben im Winter die höhere Infektneigung. Kann man relativ gut in den Griff kriegen, indem man schaut, dass das Hygrometer stets mindestens 50% bei mir zum Beispiel in den Innenräumen anzeigt. Ich bin ja auch fast den ganzen Tag drinnen am Arbeiten und wir darauf achten, ausreichend Vitamin D3 substituiert zu haben. Vitamin D3, Vitamin B12 sollten wir sowieso immer substituieren nach dem, was die aktuelle Studienlage sagt. Dann haben wir da auch weniger mehr damit zu tun. Der Gasaustausch findet in den Segmentbronchien statt, in den Alveolen findet der Gasaustausch statt. Diese Segmentbronchien gehören zum sogenannten Totraum. Knorpel-Einlagerungen in den Alveolen verhindern, dass diese beim Ausatmen kollabieren. Wir haben in der Luftröhre in der Trachea Ringknorpel angelegt, damit die Luftröhre nicht zusammenfällt. Man kann das hier so ein Stück weit sehen. Hier kann man ja so ein Stück weit abtasten, wo man dann so diese Ringknorpel ein Stück weit fühlen kann. Und hier ist so diese typische Furche, wo man relativ gut schon in die Luftröhre das Ganze so ein bisschen verlegen kann, also den Querschnitt ein bisschen einengen kann und ärgern kann. Hier geht man dann bei der Koneotomie rein. Das machen wir nicht mit einem Küchenmesser und einem Kugelschreiber. Das macht der Notarzt mit einem Koneotomie-Set sehr spannend, wenn man da vor Ort mal assistieren darf, weil beide haben eigentlich von nichts eine Ahnung, aber der Notarzt weiß, der muss es jetzt machen. Ich stelle neben und weiß, ich darf dazugucken und lernen, ob er es richtig oder falsch macht. Das macht man halt in der Notfallrettung prä-hospital total selten. Ich habe heute Morgen mir einen Bericht durchgelesen, wo ich ein bisschen was recherchiert hatte zu dem Thema prä-hospitale Notfall-Thorakotomie. Also quasi Lebend-Schlachtung auf der Straße. Wahnsinn. Prä-hospital, bevor der Patient im Krankenhaus ist, Notfall, kennt ihr, Thorakotomie. Eröffnung des Brustkorbs, um zum Beispiel am freiliegenden Herzen direkt reanimieren zu können. Wegen der Reanimation wird keiner Notfall-Thorakotomiert. Aber wenn man zum Beispiel Peritkat-Tamponade hat, wo man über eine Entlastung nicht richtig drankommt. Wahnsinn, diese Bilder. Wahnsinn. Gucke ich mir gar nicht so gerne an. Also ich kann jetzt nicht so gut Blut sehen. Ich habe 15 Jahre Notfallrettung gut hinter mich gebracht und hatte auch kein Problem mit, dass da, weiß ich nicht, wäre mir interessant, wenn du irgendwie stirbst, kriegst du so eine statistische Aufrechnung. Herr Rick hat so und so viel Liter Blut in seinem Leben gesehen. Aber in meiner Freizeit stelle ich mich jetzt nicht irgendwo hin und sage, ich muss jetzt hier unbedingt auch so Horrorfilme und so. Ich fand das so lustig, bei denen komme ich jetzt gerade drauf, wie so den Lego-Movies, Batman, das gibt es ganz ulkig. Ist ja gar nichts mit Blut, denke ich gerade dran, weil von mir aus könnten die Blut in Kinofilmen auch irgendwie so zensieren. Das ist ganz lustig, weil wenn die da so rumballern in den Lego-Filmen, in den animierten Filmen, dann haben Synchronsprecher die Schießgeräusche eingesprochen. Dann hört man quasi im Hintergrund immer so Piu, 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 Piu. Ganz cool. Also kann ich nur empfehlen. Lego, Batman, The Movie. Wo sind wir denn? Haben wir? Ne, haben wir, okay. Ein inbekannter Patient mit Alkoholproblem hat das Krankenhaus nach einer komplikationslosen Apendektomie entverlassen. Das heißt, er hat seinen Blinddarmfortsatz doll gelassen. Es ist zu erkennen, dass er halluziniert und er spricht von kleinen beweglichen Insekten. Quasi Halluzination optisch von kleinen Tieren ist immer ein Hinweis auf nicht Alkohol-Halluzinose, da haben wir eher akustische Halluzinationen, sondern ist ein Hinweis auf ein Alkoholentzugsdelir oder Delirium Tremens. Den Verdacht äußern wir auch, alles klar. Welche Symptome sind zu erwarten? Wir haben keine niedrigen Pulsverläufe, sondern eher schnelle, also Tachycard. Wir haben epileptische Anfälle, die wir erwarten müssten, eine motorische Unruhe, Obszipation. Wir haben eher bei dem Patienten Durchfallgeschehen. Trockene, kalte Haut, der wird eher schweißnasse Hände haben, Hyperhidrosis und so. Schlaganfall bei einem Gefäßverschluss der rechtseitigen Arterie ist mit einer rechtseitigen Lähmung zu rechnen. Also wenn die rechtseitige Kopfanterie, Cerebri, zugeht, haben wir typischerweise rechte Hirnhälfte macht linke Seite, hemiplagisch. Wir haben dann hemiparetischen Zustand links. Das ist falsch. Drop-Attacks können Folge eines Gefäßverschlusses der Arteria basiare sein, das ist richtig. Drop-Attacks ist so, jemand geht, ha ha ha, aus weiterem Himmel fliegen die Leute dann rum. Eine intrazerebrale Blutung ist klinisch leicht von einer verminderten Blutversorgung des Gehirns zu unterscheiden. Bereits wenige Minuten nach einem Schlaganfall tritt eine spastische Hemiparese auf. Eine Aphasie tritt erst zwei bis drei Wochen später auf. Drop-Attacks, das ist die richtige Antwort. Eine diabetische Neuropathie kann sich äußern als Blasenentleerungsstörung, Herzrhythmusstörung, Erektionsstörung, Epikondylitis Humorilradialis, Tennisarm. Hier, da. Ah, tut weh. Das ist echt blöd. Den rechten Arm kann ich gerade nicht nutzen, richtig. Links kann ich... Ich bin... Ja, also Epikondylitis Humorilateralis oder Radialis geht nicht mit der... Golferarm gehört auch mit dazu, diabetischen Neuropathien her. Distal betonte symmetrische, sensible Reiz- und Ausfallerscheinungen treten dann aber auch wieder auf. Das ist richtig. Beim Nephrotischen Syndrom kommt es zu einer Hyperproteinämie. Nö. Also Hyperproteinämie bedeutet ja, es ist zu viel Protein im Blut. Und wir haben beim Nephrotischen Syndrom unter anderem eine ausgeprägte Proteinurie. Das heißt, das Protein fehlt ja im Blut. Und das macht nicht Sinn. Erhöhtes Serum Albonin? Nein. Wir haben ja diese Hypoproteinämie. Das ist auch falsch. Starke Proteinurie, da ist sie mit dabei. Erniedrigte Blutfette, die sind eher erhöht. Und Ödeme. Und neben diesen vier Kernphänomenen oder Leitsymptomen beim Nephrotischen Syndrom kommt auch gerne noch ein Hypertonie mit dazu. Ein frühes Symptom einer Multiple Sklerose ist eine Sehstörung. Bei einem akuten Schub ist der Sehnerv häufig mit entzündet und es kommt zu einer monokularen Diplopie. Mon-Einzel-Oculan. Mon-Ocularen Diplopie. Wir sehen doppelt. Erhöhter Tonus der Beugemuskulatur, Tetraparäse. Aber Müdigkeit und Blasenentleerungsstörungen, das sind eher typische Frühsymptome. Schwere, außergewöhnliche Bedrohungssituationen können eine PTBS verursachen. Also eine posttraumatische Belastungsstörung mit gemeint. Folgt dem Trauma unmittelbar? Nein. So nach einem Monat bis ungefähr sechs Monaten in dem Zeitfenster erwarten wir eine PTBS. Die PTBS wird häufig kompensiert durch verstärkte Alternahme des Patienten am sozialen Leben der unmittelbaren Umgebung. Der neigt eher zu einem sich-zurück-ziehen. Nach dem erlebten Trauma verfallen die Patienten in einen Tiefschlaf, einen Erschöpfungsschlaf. Nee, das hat man dann noch so einen Grommal-Anfall bei Epileptikern. Die pennen dann einem weg und pinkeln sich ein. Dann werden die langsam wach und haben keine Ahnung, was passiert ist. Und dann, ja, sagt man erst mal guten Tag. Wir lernen uns jetzt mal kennen. Das traumatische Ereignis wird wiederholt in sich aufdringende Erinnerungen und in Traumen erlebt, als ob das traumatische Ereignis wiedergekehrt wäre. Flashback-Ex. Folgen einer posttraumatischen Belastungsstörung können übermäßige Alkoholkonsum und Drogeneinnahmen sein. Das kann passieren. Was sind die lichtbrechenden Strukturen des Auges? Hornhaut, ja. Pupille, ist ja die Öffnung. Linse, ja. Netzhaut, liegt das Licht nachher als Abbild drauf. Aderhaut, versorgt die Netzhaut. Hornhaut und Linse sind die optisch wirksamen Teile des Auges. Welche Aussage passt zu lärmbedingten Gehörschäden? Sie können berufsbedingt sein. Gehörschäden entstehen nur bei hohen Schallfrequenzen. Er ist ab 150 Dezibel. Für zu viel. Können Schäden auftreten? Ne. Gehörschäden können sowohl durch akute Ereignisse wie auch Dauerbelastung auftreten. Ja, typischerweise entstehen dabei Schäden der Schallleitung im Mittelohr. Da haben wir Innenohrschwierigkeiten, die dann nachher auftreten. Die oberen Luftwege bzw. Ohren. Nasenseptum besteht aus einem knöchernen und einem knorkeligen Anteil. Die eustachische Röhre stellt eine Verbindung vom Innenohr zum Mittelohr dar. Nein, vom Mittelohr zur Nase. Von den Seitenwänden der Nase ragen Nasenmuscheln in das Naseninnere. Conchi Nasale. Im Bereich der oberen Nasenmuscheln befinden sich die Riechzellen. Vergrößerungen der Rachenmandeln führen häufig zur Mittelohrentzündung. Ist auch richtig. Osteoporose. Die häufigste Form ist die sekundäre Osteoporose, z.B. durch die Gabe von Glucocortigoiden. Primär. Glucocortigoide erhöhen das Risiko einer Osteoporose, aber die primäre Form ist also ohne Glucocortigoidgabe häufiger. Die Osteoporose-Häufigkeit ist unabhängig vom Alter? Nein. Wenn die Frau ihre Menopause gut geschafft hat und dazu neigt, schöne Bilder zu malen, dann haben wir eher Osteoporose-Anfälligkeit. Spontanfrakturen muss gerechnet werden? Klar, weil die knöchelnde Substanz ja mehr und mehr untergeht. Eine senile Osteoporose betrifft nur den Bereich der Lendenwirbelsäule. Ursache ist häufig eine Hyperurikämie. Wir haben vor allen Dingen bei Frauen den Östrogenmangel, der nach der Wechseljahresituation quasi in Hormondefizit reingeht. Und das macht die große Problematik nachher mit aus. Die chronische Polyarthritis hatten wir in der letzten Frage schon mal. Befällt überwiegend Männer zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr? Ne. Wird durch das Toxin Beta-Hämonosierung der Streptokokken verursacht? Ne. Bei der chronische Polyarthritis sagt man das multifaktorell bedingt. Es kann familiäre Prädispositionen sein, andere lebenszeitliche Faktoren, die damit reinkommen usw. Also man weiß es nicht wirklich genau. Kann zur Versteifung und Deformierung von Gelenken führen? Das ist richtig. Kann durch fehlende Nachweis von Rheumafaktoren ausgeschlossen werden? Ne. Beginnen typischerweise an den Fingerendgelenken? Ne. Das ist die Heberdenarthrose an den Fingerendgelenken. Und die chronische Polyarthritis betrifft die vorderen Fingerendgelenke. Was passt zu der Aussage Staphylokokken und Staphylokokken-bedingte Erkrankungen? Häufig sind sie Zweiterkrankungen wie das rheumatische Fieber. Das sind nicht die Staphylokokken, das sind die Streptokokken. Lokalinfektionen treten als Furunkel oder Kapunkler auf? Ja. Es sind die häufigste Erreger eines unkomplizierten Harnwegsinfekts. Unkomplizierte Harnwegsinfekte sind typischerweise Escherichakuli, also ein Darmkeim. Können eine Lebensmittelvergiftung durch ihr Enterotoxin auslösen? Also es gibt die Ectotoxine und die Enterotoxine und die Enterotoxine sind quasi auf den Körper toxisch wirkende Stoffwechselprodukte des Bakteriums. Bilden Sporen? Ne. Das machen die nicht. Gibt es schon bei Bakterien, die Sporen bilden, aber die nicht. Der hypoglykämische Zustand. Und Patienten bleiben typischerweise bewusstseinsklar. Die Bilanz nimmt deutlich ab. Die sind erst schläfrig, benommen, dann so porös, schwerer, erweckbar, nachher auch Koma, hypoglykämisches Koma. Die intravenöse Gabe von Glucose ist richtig, wenn nicht klar ist, ob ein hypoglykämischer Schock oder ein hyperglykämisches Koma vorliegt. Ja, kann man so gelten lassen. Aber man kann ja den Blutzucker messen. Die intravenöse Glucoseinjektion sollte wegen möglicher Wehenreizung sehr langsam erfolgen. Ja, ja, ja. Also das muss man wissen, aber das muss man ja nicht können. Also wenn du eine Praxis nachher aufmachst, wirst du ja einem hypoglykämischen Patienten keine Glucose spritzen. Also du solltest es auf keinen Fall machen. Das ist Sache vom Rettungsdienst. Notarztindikation. Bei einem Blutzuckerspiegel von 90 mg pro Dezilliter besteht absolute Lebensgefahr. Ja, genau. Nein, das ist ein ganz normaler Nüchternwert. Beim bewusstseinsklaren Patienten ist dorale Glucosezufuhr kontraindiziert. Wenn der Bewusstseinsklar ist und man ihm sagt, hier, hast du ein Malzbier, trink mal ein bisschen was. Warum nicht? Verschiedene Infektionskrankheiten werden durch Trinken von mit Erregern verunreigtem Wasser übertragen. Für welche Erkrankung stimmt das? Typhus, ja. Hepatitis A, ja. Likönillose, da haben wir ja eher das Einatmen der Aerosole. Wir können Legionellen auch trinken, das ist aber meistens vollkommen unkompliziert. Masern ist auch eine Tröpfcheninfektion. Cholera ist dann wieder etwas, was wir über orale Aufnahme aufnehmen können. Das Masern-Exanthem. Die F-Infektiosität beginnt schon vor Exanthem-Ausbruch, ja. Typischerweise tritt ein fleckig konfluierendes Exanthem auf, beginnt kranial und geht kaudal runter. Durch bakterielle Superinfektion kann eine Otitis media auftreten. Bei Teilimmunität ist das Exzentrieren unter Umständen nur diskret sichtbar. Das sind alle richtig. Im Rahmen des Krankheitsgeschehens können als Komplikation Lungenentzündung und Enzephalitis auftreten. Alle richtig. Welche Aussagen zur Anorexie, Nervosa und Bulimie treffen zu? Die Anorexie betrifft vor allem junge Männer. Ne, ich glaube, als ich das alles gelernt habe, war der Verteilungsfaktor 1 zu 10. Von 10 Betroffenen ist einer ein Kerl und 9 sind Mädels. Symptome bei Essstörungen können Eiweißmangelödem und Menstruationsstörungen sein. Aminorö primär und sekundär sind zu nennen, ja. Essstörungen treten nur während der Pubertät auf. Das hat damit nichts zu tun. Auf Elektrolytstörungen muss wegen der Einnahme von Abfallmitteln und Erfässerungsmitteln geachtet werden. Weil die Elektrolytstörungen so weit gehen können, dass die Patienten mit Herzrhythmusstörungen auch versterben. Karies kann ein Hinweis auf Bulimie sein. Zahnschmelzdefekte bei rezidivierendem Erbrechen. Infektiöse Durchfallerkrankungen. Bei Kindern sind häufig Rotaviren als Ursache zu finden. Ja, das kann auch sehr kritisch sein. Deshalb impfen dagegen jetzt auch so viel. Schluckimpfungen, erste Impfung, die die Kinder ab 6 Wochen schon mitkriegen. Escherichia coli Bakterien, Enterotoxin bilden, sind häufig Erreger von Reisediarönen. Es kommt zu keiner pH-Verschiebung im Blut. Doch, kann passieren. Auch vor allen Dingen durch die Elektrolytverschiebung. Die Symptome der akuten Diarrhoe klingen meistens innerhalb von 2 bis 10 Tagen ab. Protozonen können insbesondere in tropischen Ländern als Durchfallursache gefunden werden. Gialiasis, noch nicht mal so tropisch und so. Genitale Chlamydieninfektionen kommen bei Männern nicht vor. Doch, die sollten sich im Zweifel auch testen lassen. Ruft er sie an, du, sorry, von vor 2 Wochen, ich habe übrigens Chlamydien, sie geht sich testen lassen. Keine Chlamydien, aber schwanger. Auch schon erlebt. Bei Frauen führt die Infektion in der Regel zu eitrigem, übelriechendem Ausfluss. Chlamydien verlaufen meist eher so asymptomatisch. Man kriegt davon nicht so viel mit, können aber nachher nicht so schöne Komplikationen verursachen. Gibt es schöne Komplikationen? Nein, nein, wir sind nicht mehr in Zeiten von Adalas und Homöopathie und Akupunktur. Wir sind eigentlich klüger heutzutage und machen bei solchen Krankheitsbildern eine schulmedizinische Medikation. Was trifft auf das Arterien-System zu? Die sogenannte Windkesselfunktion der Aorta ist für den kontinuierlichen Blutfluss zwischen Systole und Diastole verantwortlich. Ja, in den Arterien befinden sich Klappen, die das Zurückfließen des Blutes verhindern. Das sind die Venen- oder Taschenklappen, die wir vor allen Dingen im venösen System finden. Lungenarterien enthalten sauerstoffreiches Blut. Die Lungenarterie geht ja von der rechten Herzkammer in die Lunge rein und enthält typischerweise ja noch das venöse Blut. Das heißt, wir haben hier sauerstoffarmes Blut. Blutgefäße, die vom Herzen wegführen, werden als Arterien bezeichnet. Ja, aber nicht, weil sie dann Sauerstoff transportieren. Die Arterien haben mit der Regulation des Blutdrucks nichts zu tun. Doch vor allen Dingen die diastolischen Werte resultieren letzten Endes ja aus dem Gegendruck, den die Gefäße auf die zirkulierende Blutmenge auch ausüben. Welches Organ liegt retroperitoneal? Die Gallenblase liegt intraperitoneal. Pankreas liegt retroperitoneal. So in der Anlage, embryonal, liegt die erstmal primär intraperitoneal und wandert dann. Da spricht man auch von sekundär-retroperitoneal. Kolontransversum, Sigmoid, Magenhinterwand. Welche der Aussagen zum Nierenversagen treffen zu? In der Phase des manifesten Nierenversagens stellt die Hyperkalimie eine Hauptgefahr dar. Bestimmte Medikamente können zu einem akuten Nierenversagen führen. Im Rahmen des akuten Nierenversagens kann eine polyurische Phase auftreten. Leitsymptom ist ein Harnstoffwert von 25 mg pro Deziliter. Als Anuri bezeichnet man eine tägliche Urinproduktion von ca. 500 ml. Anuri ist, wenn so gut wie gar nichts mehr da rauskommt. Formale Denkstörungen. Perseveration bei hirnorganischen Erkrankungen sind formale Denkstörungen. Perseverieren ist das Festhalten an bestimmten gedanklichen Inhalten. Denkstörungen, Denkhemmung, Denkhemmung bei depressiven Zuständen, Ideenflucht, Trotz Denkhemmung kommt es gerne auch zu Grübelattacken, Ideenflucht bei manischen Erkrankungen, das passt. Wahnhaftes Denken bei paranoiden Psychosen, das ist keine formale Denkstörung. Die formalen Denkstörungen betreffen ja den Ablauf des Denkens. Und ein wahnhaftes Denken ist halt eine inhaltliche Denkstörung. Also, zerfahrenes Denken bei Schizophrenie ist wiederum eine formale Denkstörung, das ist richtig. Das Kapal-Tunnelsyndrom ist eine Kompression des Nervus medianus. Genau, nicht radiales, nicht ulnares, der Nervus medianus ist betroffen und typischerweise Daumenballenatrophie mit der Zeit. Schmerzen bestehen ausschließlich tagsüber, nein, vor allen Dingen auch nachts. Die Parästhesien betreffen typischerweise den kleinen Finger. Trifft eher so Daumen, Zeigefinger. Eine Atrophie der Daumenballmuskulatur kann auf ein Kapal-Tunnelsyndrom hinweisen, das ist richtig. Eine Sensibilitätsstörung des Zeigefingers spricht gegen ein Kapal-Tunnelsyndrom, das spricht auch eher dafür. Eine Erhöhung des Serum-Harnsäurespiegels ist zu erwarten bei Bierkonsum, ja, fettreicher Kost, ja, purinreiche Kost, 0-Diät, ja, aber ist so eine Form von, nein, nein. Also hier wird in die Richtung von Gicht gefragt und Gicht ist Trinkexzesse, Fressexzesse, dann extremes Fasten, 0-Diät, purinreiche Kost, das sind so die typischen Auslöser für die Gicht. Aussage zur Basis-Reanimation beim Erwachsenen trifft zu. Ich empfehle hier, also 2007 galten wie heute vom Kern her die ERC Guidelines 2005 und ich habe jetzt vor einer Woche oder so nochmal ein paar Aktualisierungen mir angeschaut. Die sind aber, was den BLS-Bereich angeht, also Basic Life Support, da hat sich nichts verändert. 30-mal drücken initial, zweimal beatmen, nach Möglichkeiten automatisch einen externen Defibrillator anschließen, Notruf absetzen und drücken, drücken, drücken. Perfusion erzeugen, wir können ungefähr ein Viertel, das was das Herz normalerweise auch schafft, an Druck lediglich erzeugen. Da wollen wir nicht nur 15-mal drücken und dann zweimal beatmen, wir wollen richtig eine Perfusion erzeugen, also beträgt das richtige Verhältnis 30 zu 2, steht da bestimmt auch irgendwo drin. Kompressionstiefe, zwei Finger oberhalb von Sternenunterseite, mindestens 5 cm, besser sogar 6, wir wollen richtig da reingehen. Wenn es Knack macht, vollkommen okay, dann kommt man einfach auch besser ans Herz dran, wenn den Rippenbogen einmal da in der Serienfraktur zertrümmert. Also reanimieren ist nicht so, wie man das im Fernsehen häufig sieht. Man kommt hin, macht einen Präkordeon vor dem Schlag und der Patient lebt wieder. Es ist nicht so sehr, dass man ein bisschen drückt und dann zack, kommt der Patient hoch und lebt wieder. Hatte es in einem der Prüfungsvideos mal erzählt. Das ist mir schon mal passiert, ja, Hände Gottes, aber das ist nicht die Regel, dass sowas dann ist. Und ihr solltet euch durchaus auch mal, also gerade bei Reanimation, ich habe jetzt keine Erfahrungswerte, aber wenn ihr bei YouTube Reanimation eingibt und Lehrvideo, dann kommen bestimmt ein Dutzend richtig, richtig guter Videos von den Hilfsorganisationen, von kleinen Leuten, von großen Leuten und so. Von Leuten, die dann empfehlen, hört ein bisschen Staying Alive von den Beaches dazu, weil das genau dieser so ungefähr 100 BPM ist, Beats per Minute. Das ist so ein guter Pulsschlag. Zum Reanimieren. Lungenembolie. Der klinische Nachweis einer tiefen Beinvenenthrombose spricht gegen das Vorliegen einer akuten Lungenembolie. Die Lungenembolie ist ja in der Regel die Folge einer tiefen Beinvenenthrombose oder einer Beckenvenenthrombose, wo sich der Thrombus dann gelöst hat und venös über die Vena, Vena, Kava, Inferior, über rechten Vorhof, Trikuspidalklappe, rechte Kammer, Pulmonalklappe, Lungenarterie in die Lunge dann kommt. Bradykaldie und die arterielle Hypertonie sind ein Leitsymptom der akuten Lungenembolie. Da haben wir ihren Tachykatenzustand mit Hypotonie. Tachykat, schneller Herzschlag, Hypotonie, niedriger Blutdruck, weil halt nicht viel zum Wegpumpen da ist. Und daher kompensiert das Herz das dann durch eine schnelle Schlaggeschwindigkeit, um die Lungenembolie auszugleichen. Mein Vater ist tatsächlich an einer Lungenembolie vor schon ein paar Jahren her. Wie lange ist das jetzt her? 18 Jahre, 17 Jahre. Ist er damals quasi gestorben? Süddeutschland, war ziemlich weit weg, konnte man natürlich nichts machen von hier aus. Nee, der ist da quasi, war klinisch tot, hatte aber Glück, war mit dem Kirchenchor unterwegs. Und die Klinik, die ganz in der Nähe war, hatte eine integrierte RTW-Rettungsstelle. Und die waren innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Minuten da. Und dann haben die direkt Basisreanimationsmaßnahmen eingeleitet, Notart, zack, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was da passiert ist. Ich bin dann ein paar Tage später dann mit runtergefahren. Dann haben wir so alles geregelt. Und der ist tatsächlich ohne neurologisches Defizit, was Outcome angeht, aus der Klinik wieder raus. Das hat man eher selten. Da hat er echt Glück gehabt, der alte Herr. War tot, jetzt ist er wieder da. Pradikardie und die arterielle Hypertonie sind ein Leitsyndrom der Akuten. Ach, haben wir schon gemacht. Bei Verdacht auf eine akute Lungenembolie dürfen keine intramuskulären Indektionen verabreicht werden. Das ist richtig, ne? Weil wir bei einer Lungenembolie möglicherweise ja einen Notarzt haben, der sagt, bei dem Patienten wollen wir jetzt prähospital noch eine Lysetherapie durchführen. Wir wollen einen möglicherweise bestehenden Thrombus also im Vorfeld noch auflösen. Und wenn wir dann irgendwo so schon Piekser in den Patienten gesetzt haben und wir machen eine Lysetherapie, wo einfach keine Koagulation im Blutsystem mehr stattfinden kann, dann haben wir so, ja, Blutungsprobleme. Beim Herzinfarkt haben wir eine Kontraindikation für intramuskuläre Injektionen, weil wir da das anstehende Labor, was beim Herzinfarktpatienten immer gemacht wird, so ein bisschen verfälschen können. Also dann haben die nachher falsch positive Werte da drin, was den Nekroseanteil von Muskelgewebszellen angeht, den man da nachweisen möchte. Das finden die Leute in der Klinik halt auch nicht so geil. Aber wenn man als Heilpraktiker eine eigene Praxis hat und hat irgendeinen Notfall, man macht einfach nichts mit dem Patienten. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt 15 Jahre in der Notfallrettung gearbeitet und ich bin fit in allem, was man da so im prähospitalen Taxiverkehr, was wir da so machen, entsprechend auch können sollte. Aber würde ich jetzt in meiner Praxis das ganze Zeug da haben, würde ich in einer Notfallsituation jemanden da in Zugang legen? Ja, das kann man irgendwie noch machen, aber man kommt doch gar nicht auf die Idee, dem irgendwas zu spritzen. Ich fände das, es ist leider so, dass man, das war zumindest vor einigen Jahren noch so, wenn man Interesse an der Notfallrettung hat, kommt man nur über sehr, sehr, sehr viel Vitamin B oder Umwege mal in Praktikum auf dem RTW. Okay, Krankenwagen ist nicht so das Problem, aber im Krankenwagen passiert halt auch nichts Interessantes, wo man mal ein bisschen was lernt oder Einblicke erhält. Aber ich fände das schon cool, wenn man irgendwie so einen Heilpraktiker, Anwärter, der darauf Bock hat, einfach im Sinne seiner eigenen Prüfungsvorbereitung mal die Möglichkeit zu geben, so zwei, drei Wochen einfach mal im RTW mitzufahren, um ganz viele dieser Notfallbilder zu erleben. Finde ich total cool eigentlich. Mir juckt es ehrlich gesagt so ein bisschen in den Fingern. Ich bin am Überlegen, ob ich hier in der Stadt, wo ich wohne, mal eine Hilfsorganisation anschreibe, die tatsächlich aus dem europäischen Ausland kommt und mit den typischen Hilfsorganisationen in Deutschland nichts zu tun hat. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt 15 Jahre für die typischen Hilfsorganisationen teilweise gearbeitet. Ich war vor einigen Jahren mal beim Deutschen Roten Kreuz bei einem Vorstellungsgespräch. Also ich dachte ja schon, in einem Freizeitpark, wo ich gearbeitet habe, da herrschen Zustände. Aber beim Deutschen Roten Kreuz im Verband hier in, fängt mit die Stadt an, in der ich wohne, fängt mit Bö an und hört mit On auf. Hei, 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 hei. Der Thoraxschmerz gehört nicht zu den typischen Symptomen einer akuten Lungenembolie. Ja doch, selbstverständlich. Die Lunge liegt ja im Thorax, im Brustkorb. Und wenn in der Lunge eine Embolie mit drin ist, wo Lungengewebe untergeht, das tut weh. Also das ist so eine Frage, die kannst du sofort beantworten, wenn du mal einen Lungenembolie-Patienten gesehen hast. Wenn du mal einen Lungenembolie-Patienten renommiert hast und der Notarzt, der da gerade so ein bisschen Supraspritzen möchte, sagt, ah, guck mal hier die Halswehen gehen auf, das scheint ein Lungenembolie-Patient zu sein, der hier renovationsflüchtig geworden ist, dann hast du die Sachen einfach auf der Platte und kannst sie prima auch reproduzieren. Die Beinhochlagerung gehört zur Notfalltherapie der akuten Lungenembolie. Wenn ich die quasi Schwierigkeit, die das Herz sowieso schon hat, noch erhöhe, indem ich die Vorlast auch noch da so reinballere, das sollten wir nicht tun, die Osteochondrosis dissykans, das ist mal ein Krankheitsbild, da habe ich ja auch ein Video dazu gemacht, ich habe ja zu einem Video gemacht. Osteochondrosis dissykans ist die Erkrankung, wo eine sogenannte Gelenkmaus im Knie häufig auftreten kann. Typischerweise betroffen sind eher Heranwachsende, so im Alter 12 bis 15 tritt das häufiger mal auf, kann mit Schmerzen vor allem beim Sport einhergehen, Sportlehrer und Kinderärzte sind in dem Krankheitsbild untypischerweise irgendwie nicht so fit, obwohl die das wissen sollten und schicken dann die Kinder als so Sportverweigerer immer auf die Bank her, ja Knie tut weh, alles klar, sondern sitze ich da hin. Kann soweit gehen, dass sich ein Knorpelbestandteil durch Blutungsstörung soweit löst, dass er im Gelenkspalt eine Blockade auslöst und man kann dann einfach sein Knie nicht mehr bewegen. Also man hat auch Schmerzen dabei. Gelenkschmerzen bei Belastung, absolute Bewegungssperre mit blitzartig einschießenden Schmerzen, das ist, wenn so diese Gelenkmaus auf freier Gelenkkörper, ja genannt, sich dann da einsetzt. Eine Früharthrose kann bestehen, wenn man das Problem nicht behebt. Es gibt verschiedene Behandlungsmechanismen. Man macht eigentlich weniger das Watchful Waiting, dass man da guckt, wie es sich verhält, sondern man geht mal endoskopisch in das Knie rein. Man macht eine kleine Knie-Toilette, nennt sich das auch ganz gerne, wo man mal ein bisschen hier fräst, mal ein bisschen dort guckt, ein bisschen spült und vor allen Dingen, wenn man so einen freien Gelenkkörper hat, auch versucht, den wieder zu reflixieren. Extreme Erhöhung der Blutsenkungsgeschwindigkeit haben wir nicht. Nein, nein, das gehört nicht dazu. Welche der Aussagen zum Urin treffen zu? Eine Rotfärbung ist beweisend für Blut im Urin. Ne, kann auch rote Beete und andere Lebensmittel sein. Der Urin eines gesunden Menschen ist beim Ausdruck aus der Harnröhre immer kein frei. Also immer, sowieso schon mal mit Sicherheit nicht, steht ja auch beim gesunden Patienten, gesunden Menschen, aber der hat vorne auch schon teilweise Bakterien, weil die Harnröhre so ein bisschen mitbesiegelt sein kann. Urinausscheidung dient auch der Regelung des Flüssigkeitshaushalts. Ja klar, ein spezifisches Gewicht des Urins von 1200 Gramm pro Liter weist auf eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr hin. Nein, wenn wir eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr haben, haben wir weniger feste Bestandteile, die über den Urin mit ausgeschieden werden. Und dann geht das ja runter. Also 1200 Gramm würde ja bedeuten, dass in einem Liter 200 Gramm gewichtige Feststoffe mit hinzukommen. Das fände ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen viel. Die Menge des ausgeschiedenen Urins entspricht der Menge des Primärhaals. Na na na. Primärhaal haben wir bis zu 200 Liter am Tag. Lasix, Phurosemid, kann man in hoher Dosierung auch dafür nehmen, dass fast diese gesamte Menge auch theoretisch abgepresst werden kann. Aber das machen wir nicht, weil das wäre eine ganz große Schweinerei. Also das wird ja größtenteils wieder im zweiten Schleifengang wieder zurückgepresst. Und dadurch haben wir eine Urinmenge am Tag von, weiß ich nicht, wenn jemand so viel trinkt, wie er trinken sollte, von vielleicht zweieinhalb bis drei Liter Wasser am Tag, nicht alkoholische klare Flüssigkeit, ja der pinkelt vielleicht 1,7 bis zwei Liter wieder aus oder so. Was darf der Heilpraktiker ausführen? Behandlung einer Aids-Erkrankung? Nö, Aids gehört noch, IFSG 7 aktuell, Behandlungsverbot. Verschreibung von Morphinpflastern zur Anwendung bei stärkenden Schmerzmitteln? Ja, ja, der Heilpraktiker, der darf ja auch Marihuana verschreiben, der darf Fentanylpflaster verschreiben, klar. Nein, natürlich nicht. Brauchst du eine BTM-Befähigung als Arzt für. Behandlung einfacher, unkomplizierter Zahnfleischerkrankungen? Nein, laut Heilpraktikergesetz steht das zwar nicht so klar mit drin, aber wir dürfen keine Geburtshilfe leisten, außer im Notfall. Und im Zahnheilkundegesetz ist quasi eingeschlossen, dass nur Zahnärzte Zähne behandeln dürfen. Was der Heilpraktiker darf, ist zum Beispiel ein Zahn bestrahlen, wenn wir dem Patienten irgendwie so eine Story verkaufen, wie damit gehen wir auf irgendeinen Meridian, der sowieso nicht existiert, mit dem wir das Herz positiv beeinflussen wollen. Wenn der Heilpraktiker das glaubt und der Patient das glaubt, beide verstehen sich und der Patient möchte gerne Geld für sowas loswerden, finde ich das auch in Ordnung. Dann sollen die Leute das machen. Diagnostik und Behandlung chronischer Schmerzzustände, das darf der Heilpraktiker machen. Vorname der Leichenschau natürlich nicht. Da sind manchmal Fragen mit dabei, wo du auch denkst, ne? Ja, kreuzt er Ja an. Der Hyperkortisolismus, das Cushing-Syndrom, führt bei Kindern zu einem Riesenwuchs? Naja, es macht ja eher Minderwuchs. Eine kräftig ausgebildete Muskulatur ist typisch für das Cushing-Syndrom? Nein. Es kann eine diabetogene Stoffwechsellage auftreten? Das passt. Ursache des Syndroms kann eine Nierenhyperplasie sein? Die Nebennieren sind hier betroffen. Blutdruck ist sehr niedrig, der ist beim Cushing-Syndrom typischerweise eher erhöht. Kontraindikationen für IM-Injektionen, also intramuskulär, sind Fieber, Gastritis, ne, warum? Verdauert auf Herzinfarkt, Kontraindikation, hatte ich eben schon mal kurz erzählt, Antichorakulantien-Therapie, Lysetherapie, auch Kontraindikation, Epilepsie, kann man machen, das ist okay. Was passt zum Wachstum und Entwicklung von Kindern? Die meisten Kinder sind bei der Geburt zwischen 46 und 52 cm lang. Als Faustregel für die Gewichtsentwicklung gilt, im Alter von 5 Monaten hat sich das Geburtsgewicht verdoppelt und im Alter von 12 bis 14 Monaten verdreifacht ungefähr. Bezogen auf das Körpergewicht haben Säuglinge einen höheren Flüssigkeitsbedarf als ältere Kinder und Erwachsene? Ja. Ein normal entwickeltes Kind muss im Alter von 12 Monaten frei laufen können. Ein altersgerecht entwickelter Säugling kann im Alter von 10 Monaten frei sitzen. Ja. Süß ist das, wenn du irgendwo so ein Kind hast, das setzt sich dann da hin und guckt sich die Wälder an. Herrlich. Zerebrale Krampfanfälle. Jeder Krampfanfall geht mit einer Bewusstseinsstörung einher. Also so der Graumal-Anfall definitiv. Es gibt so fokale Krämpfe, Absorcen, das die Vigilanz nicht unbedingt immer massiv mit beeinträchtigt. Im Rahmen eines generalisierten Krampfanfalls hat der Patient extrem enge Pupillen. Nö, Pupillen. Also die sollte man sich da auch nicht unbedingt angucken, weil der Patient, also der kann immer noch beißen, der kann boxen und so. Die sind aber, wenn, dann eher geweitet, normal bis geweitet und reagieren nicht so gut auf Licht. Ein Gelegenheitskrampf bedarf keiner neurologischen Abklärung. Natürlich. Also wenn ein Patient weiß, dass er gelegentlich zu Krämpfen neigt, dann weiß er das ja und ist bereits in der Abklärung drin. Und trotzdem sollte man dann immer noch mal gucken, warum war das jetzt so. Dem Krampfanfall kann eine Aura voran losgehen. Zum Beispiel die Wahrnehmung eines Geruchs oder Geschmacks. Das ist richtig. Häufig kommt es dann noch zu einem Initialschreiben, wo die Patienten einmal komisch aufbrüllen und dann rumkrampfen. Hinter einem epileptischen Anfall kann sich auch ein Gehirntumor verbergen. Das ist auch richtig. Die Niere. Ein prärenales Nierenversagen entsteht bei einer Harnabflussstörung. Nee. Ein prärenales Nierenversagen besteht zum Beispiel bei einem Volumenverlust. Blut. Bei einem akuten Nierenversagen kommt es in der Folge zu einer Hypokalämie. Nee. Wenn die Niere akut ihre Funktion einstellt, kommt es zu einer Hyperkalämie. Symptome der Uremie können Übelkeit, Brechreiz und Kopfschmerzen sein. Das ist richtig. Ein postrenales Nierenversagen tritt bei einer Durchfallerkrankung mit starkem Flüssigkeitsverlust auf. Postrenal haben wir zum Beispiel bei Abflussstörungen wie Nierenstein beispielsweise. In der Rückbildungsphase des akuten Nierensversagen kann es zu einer Poliorie kommen. Das ist richtig. Dann geht es richtig rund. Eine Miosis. Nicht die Mydriasis. Zweitstelle Miosis. Reaktion auf Pharmaka, welche den Sympathikus reizen. Nee. Ein Parasympathikus machen eine Miosis. Reaktion auf Medikamente, welche den Parasympathikus reizen. Ja. Encephalitis. Nee. Hypovolemischer Schock. Nee. Binokulare Fixation eines nahegelegenen Gegenstands. Das kann eine Miosis quasi eine Verkleinerung mit erzeugen. Das ist richtig. Also, wir merken uns, wenn ich was ganz Nahes mir angucke, wenn es sehr hell ist, geht das Auge, die Propille typischerweise auch zu als Miosis und auf Parasympathikusreizung. Schwangerschaft. Vor allen Dingen im letzten Trimenon, also im letzten Schwangerschaftsdrittel, kommt es häufig zu Schwangerschaftsabbrüchen. Nee. Durch Neigung zur Resthahnbildung treten gegen Ende der Schwangerschaft vermehrt Harnwegsinfektionen auf. Ja. Und wir haben einfach zum Beispiel auch Lumenveränderungen im Rahmen der ableitenden Harnwege, wodurch das Aufsteigen der Keime entsprechend auch noch begünstigt wird. Eine Proteinorie, ein Bluthochdruck und generalisierte Ödemen in der Spärtschwangerschaft bedürfen keiner weiteren Behandlung. Doch, wir haben hier Hinweise auf Eklampsie. Das Trier Gravidarum, Schwangerschaftsstreifen, treten in der Regel im ersten Trimenon auf. Nee, das sind ja Dehnungsstreifen. Die treten dann auf, wenn gedehnt wird. Und der Bauch, der wächst so zweites, drittes Trimenon. Die Gewichtszunahme bis zum Ende der Schwangerschaft beträgt 5 Kilogramm? Nee, nee. Eher so in der Regel 15 bis 18 Kilogramm. Und dann, also inklusive Kind. Eine Meningokokken-Meningitis. Bei Kleinkindern sind noch Meningokokken die Ursache einer eitrigen Meningitis. Meningismus-Zeichen können bei alten Menschen, Säuglingen oder im Koma fehlen. Das Auftreten von Exanthem spricht gegen eine Meningokokken-Enzephalitis. Nö, kann auch. Eine gefürchtete Komplikation mit hoher Sterblichkeit ist die Meningokokken-Sepsis. Das ist richtig, Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom. Die Inkubationszeit beträgt meist 1 bis 10 Tage. Auch das ist richtig. Welche Symptome sind typisch für Asthma-Bronchiale? Ein quälender Hustenreiz. Kann dazugehören, gerade bei Kindern und älteren Patienten ist manchmal dieser Hustenreiz das einzige typische Phänomen. Eine Erhöhung der Vitalkapazität spricht nicht für ein Asthma-Bronchiale. Verlängerte und erschwerte expiratorische Phase, also die Ausatmungsphase, die auch erschwert sein kann im Anfallsgeschehen. Cäs sputum kann auftreten. Eine Erweiterung der Bronchien bei körperlicher Belastung ist umgekehrt der Fall. Dadurch kann eben auch der Anfall ausgelöst werden. Dann, Störungen der Vigilanz, also Bewusstseinsstörungen, sind zu erwarten bei depressiven Symptomen, paranoid-trailazinatorischen Syndromen, akinetischem Syndromen, amnestisches Syndromen, die gehen auch nicht, das sind amnestische Störungen, Grommal-Epilepsie. Da kann es zu Störungen der Vigilanz, also der Wachheit kommen. Welche Aussage passt zur Hypothyreose, also der Unterfunktion der Schilddrüse? Hat als häufigste Ursache den Morbus-Basedo? Nee. Führt bei Kindern unter anderem zu einer Störung des Wachstums und der körperlichen Entwicklung, vor allen Dingen der Intelligenz? Ja. Geht bei Erwachsenen mit vermehrtem Schwitzen einher? Bei der Hypothyreose haben wir eher so frierende, typischerweise frierende Patienten. Kann sich bei Erwachsenen als Depression äußern? Richtig. Geht in der Regel mit einer erniedrigten TSH-Konzentration im Blut einher? Wir haben hier bei der Hypothyreose eher Probleme, bei der T3, T4 Kiste. Aber auch da kommt es natürlich darauf an, über welches Krankheitsbild konkret reden wir im Rahmen einer Hypothyreose. Also zum Beispiel Hashimoto oder Jodmangel kann das Ganze mit auslösen. Da macht es Sinn, die einzelnen Krankheitsbilder sich auch nochmal näher anzuschauen. Ja, wieder eine geschafft. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich irgendwo Fehler eingebaut habe, das mache ich ja nur, damit ihr das dann auch in die Kommentare mit reinschreibt und da einfach ein bisschen Bewegung reinkommt. Ich freue mich über eure Fragen und Feedbacks. Und wenn ihr was wissen wollt, schreibt es da unten rein oder schreibt es einfach direkt zu mir persönlich. Ich bin sehr gespannt darauf und wünsche euch viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.